hallo und willkommen wieder auf liberty minecraft in terrarium terraria stirb wir haben uns heute wieder viel versammelt um gemeinschaftlich vor den pcs zu hocken grün ja was wollen wir jetzt mal machen grüne party war ja was ich hab den hasen dahinten getroffen da hinten ist ein vogel warte mal die hole ich mir nein 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 das sind zwei vögel miteinander oder was naja gucken wollen wir mal zu den paranyas jetzt ist grad tag okay auf in den dschungel nico du bist ja total ungedöns ist egal wir sind hier nicht in minecraft ist aber auch eckig ich muss ehrlich mal ein rasenmäher lang warte ich brauch das für meine blowpipe warte ich muss die seeds wenn ich die abbaue kriege seeds raus ach schade du hast doppelsprungen daniel nutz ihn ja was denn einmal kurz umdrehen will ich die pilze einsammeln mag ich irgendwie nie so ich bin irgendwie zu blöd gerade mit d mt das sieht es wird schon acht pilze da Ah! Ui! Mann! Wiehehe! Komm! Bleib mir meinen Schnitt auf! Ihr Shuriken! Aua, Aua! Aaaa! Niko! Ey, ne! Halt! Stopp! Über den Berg! Ach, das stimmt ja! Achtung! Slime! Mam, dam. Dum, dum. Dum, dum. Nou. Ah hier ist der Dschungel. De-de-de. Oh! Ach, du! Ach, du, komm! Ah, die musik ist einfach so chillig hier, ne! Da-na-dam-da! Da-na-dam-da! 45 hier nein 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 das leute helft mir doch mal fällt jetzt war hier kommt da kommt da das überlebst du und das ist alter dass wir die haben will wenn wir die haben will weil der deutsch oder deutsch was statt das ist das war falsch wie nimmt wie trinkt man tränke links liegt einfach aus dem betrassien oder einfach links liegt oder drück einfach h geht einfacher oder runter nee noch nicht runter was war wenn er nach rechts geht aber kommt noch eine flette maus ich kann mich nicht mehr hoch warte na weil das gab es auch drüben wo abdorf wo abdreck aber jetzt die lobe rausgenommen ich hab's ja nicht ich auch nicht AHHHHH AHHHHH ja ihr habt ja gar nix genommen jaaah Blas Rohr oh nein stirb nein ah ich krieg's nicht hin ich bin zu blöd so meine Fresse ja schon rief ah da 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 da! warum tötet ihr die Piranhas eigentlich? why not weil die angreifen ah bis hier hin sind wir gekommen ja und hier waren irgendwie 7 Piranhas wo ich gezählt habe oh nee und da hinten war diese vierte pflanze ja wieviel damage ich hab'n goldbogen deswegen ich hab'n goldschwert ich hab'n goldbogen ich hab' gleich den dämonik ich mach' sogar nach 18 prozent mehr damage ja was für'n fettes wasserloch oh jetzt bist du wieder rüberkomm' äh ich hab' noch ein bisschen dreck rückgebauen ich hab' auch noch ein bisschen stein Ta makan! Achtung! Bayern! 늘 Sec ist der Altar, aber du kannst flighty nacken versteht, aber ich muss zur글called 最初 war ein이랑ter St Stewart. Zitat Ende needs to come up Eightgroren astbar Ihr war darauf an Roman preacher Senn ich tres? Aber ich kann mich nicht? Stimmt Ach super Oha Bringt doch gleich selber auf ihn hier Ja, spring halt hier aber noch Ja genau Du K, Daniel drück h h h h h das faktor spielten jetzt sollte ich immer egal ich würde schon lange sein dschungel wieder auf so lange so dunkel hatte da waren wir doch schon mal gut hier ist ein bisschen gefälliger glaube ich auch einigermaßen gut schaden ich bin irgendwie so ein käfig drin gefangen ich sehe nichts nein ich auch scheiße was sind wir hier scheiße ich habe ein wasser immer dabei ich sehe nichts ich glaube nicht viel scheiße nein blub 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 gold coin toll bringt mir nichts soll ich ihn holen blub 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 ja wenn du ertrecken willst dann gerne ueah das war bücher ich wollte dieses loch gar nicht treffen aber ich habe nicht mal diese hauptsache geht es erstmal meter tief runter soll ich es mal probieren komm ich versuch es aber was runter ich habe keine close sticks ne das ist eine schlechte idee ganz schlechte idee ah hauptsache es wird ah ne es wird nacht ne scheiße dam 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 äh kommt ihr wieder also soll ich ja 3.800 fuß oder wat ja soll ich hier sterben springen die unendlichen weiten des wassers runter ne ne dann laufe ich lieber ja du mit deinen 28 kupfer coins ja ouch ne aber ich habe 28 gold coins neiii 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 ne nicht gold zimmer oh nein blattbude oh gott kommen wir da die Hasen an warte blatt oh gott ich werde verrecken pass auf der macht verdammt viel schaden nach der jaaa ich sterbe jetzt voll uuuh alter oh nein die sind in die Bude eingetreten gelegt ach du scheiß die Tür auf nein nein ah ah er wollte ja nicht die Türen oh gott nein ja ja fällt alle mal da runter wer hat die Tür aufgemacht wer tot ja mein Grabstein rollt da erstmal 500 Meter ne aus dem Bild ist er jetzt cool alter das ist ja voll Folterschlacht hier gerade ey links können die Tür nicht eintreten gut ähm mal andere Seite Tür aufmachen ähm ganz schlechte Idee battlen warte 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 lass mir ganz kurz ne Granate kaufen nein 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 weißt wie viele sind boah lass mir kurz das Geld geben hier an die scheiß bringt ja gar nichts oah aua oh wir haben Auge drinne komm her das ist voll cool zwischen Tür und Angel ja da 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 ah da kommt ein Auge oh von rechts oh gott oh gott cool type bringt mir was ok what the fuck boah boah ich würd's noch so boah ja wir battlen uns hier in unserem eigenen Haus ja ja so ha hier rein guckern oh ich hab ja ein Goldcoin zusammen gespart uff fail ich hab gar nicht auf mein Life geachtet auch hier auch noch 28 danke Daniel oh gott wie viel kommt da rum ach du scheiß die kommt gleich ein ne wie soll ich denn das überleben jetzt warte ah ich hol mir schnell ne Granate warte 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 ich hab noch welche dabei ich hab mir ne Granate rein Achtung weg da ja 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 genau wow ab für Linsen sauber Lins brauchen wir für den Boss oh wir haben jetzt schon sieben stück sauber ah wie viele sind das denn bleibs am arbeiten hier vor allem das doofe Auge da oben ne toll akka Harville was ist das denn jetzt hast du noch ein HP und 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 tot ja und Jackal sauber ich nehm mir mal das Kupfen für ne Rüstung ein bisschen ne ja na ich glaub da kannst du nicht viel Rüstung mit craften jo ich hab schon Mana ich kann hier fast den ganzen Tag stehen alter und battlen ey das ist voll krank ach du bist da hinten auch am ja ich steh unter diesem einen langen Berg zwischengang gerade noch warte Achtung du rieken ey mach gar keine Glasflaschen lecker boah rotmesser ja ja warte was machst du rieken die dringen durch Gegner durch ach stricken rieken sowas von was ne ne wo waren die ich versuche mir jetzt langsam unserem Haus zu nähern soll ich dir als tatkräftige Unterstützung leisten ne brauchst du nicht ihr wisst da hinten uns schon wechseln hey Niko ähm ich hab jetzt Hooks 2 Hook kann ich damit schon was anfangen mit n Hook? ja 2 Stück äh hast du schon 2 Stück? hast du? ja hab ich gerade getroppt doll guck mal Shackles ich tu nicht Hooks ne Hooks hä ich hörs bei euch battlen alter Captain Hook ehrlich? kriegst du eigentlich nur mit der Erde von Skeletons ja Drop bei Skeletons NP Ranja steht hier ey was wirft denn der Wurf ständig die Gegend ja weil die dringen durch Gegner durch und hitten den hinteren auch nochmal das heißt wenn du in der Gruppe damit rein wirfst dann die machen übel zu Schaden warte gucke gucke zu und lerne Dreck das wollte ich nicht die kann man wieder einsammeln? ja ja achso weißt du zu 15% äh kann man die wieder einsammeln manchmal gehen die auch kaputt wieso ist das da unten so rot? wieso ist das? wieso ist das? wieso ist das?